Die natürliche Behandlung der Lippen ist heute das Thema der Live-Behandlung und wir beginnen gleich auch mit der Behandlung selbst. Die Patientin war schon mehrmals bei uns und hat das Vertrauen auch über die gesamte Behandlung. Nun jetzt zu einer weiteren Behandlung, sechs Monate nach der ersten Behandlung, jetzt die Folgebehandlung für die Aufbau der Lippen. Jetzt wird gerade nach der Unterspritzung das Ganze auch noch einmal massiert und dann denke ich, hat man, wenn man das etwas wegwischt, wieder ein schönes Ergebnis und vor allem ein natürliches Ergebnis, was der Patientin auch besonders gefällt und sie deshalb auch zu uns kommt.